...unserer Partei in den letzten vier Wochen, dass wir den Weg der Professionalisierung und den Weg der Einigkeit gegangen sind. Deswegen hier erstmal mein großer Dank an euch und mein vor allem größter Dank gilt, meinem jetzigen Fraktionskollegen und Fraktionsvorsitzenden Dr. Hans-Christoph Bernd, dass er als Spitzenkandidat antritt, hoffentlich gewählt wird und danach Dietmar Woidke in der Staatskanzlei ablöst, liebe Freunde. Aber trotz dieser guten Nachricht haben wir in den letzten Wochen und Monaten eigentlich wenig Gelegenheit und Zeit gehabt, uns zu freuen. Ihr wisst alle, ich bin Vater einer wunderbaren kleinen Tochter. Ich weiß auch, dass viele von euch einen Sohn, eine Tochter oder ein Enkelkind haben. Und ich möchte euch fragen, stellt euch bitte mal eine Situation vor. Stellt euch vor, ihr geht, ihr holt euer Kind ab von der Kita oder von der Schule, ihr geht mit eurem Kind einkaufen, ihr albert mit eurem Kind herum, es ist alles wie immer und ihr wacht vom Krankenhaus wieder auf und euer Kind schwebt in Lebensgefangen. Oder stellt euch vor, euer Kind spielt draußen mit den Freunden, auf dem Hof, auf dem Park draußen und es kommt nicht wieder zurück. Stattdessen stehen Polizeibeamte vor eurer Tür und bringen euch die schrecklichste Nachricht, die man Eltern bringen kann. Diese Situation haben Tausende von Eltern seit 2015 in diesem Land erleben müssen. Und diese Situation ist es, die Antrieb für uns ist, dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, liebe Freunde. Nie wieder sollen Kinder oder Frauen von Ausländern illegalen Einwanderern in unser Land missbraucht, geschlagen oder getötet werden. Und dass es in dieser Woche gleich zwei solcher Vorfälle gab in Baden-Württemberg, zeigt eindeutig den Zustand unseres Landes. Und es zeigt auch eindeutig, wie die politischen Eliten mit dieser Situation umgehen. Die Tagesschau hat als ein vierjähriges Mädchen in einem Supermarkt von einem Syrer abgestochen wurde, nicht einmal darüber berichtet. Nicht einmal, dass am selben Tag, 80 Kilometer entfernt, ein weiterer Messerhandel stattfand und der Täter ebenfalls ein Ausländer vom SEK erschossen werden musste. Der SWR, der regionale öffentlich-rechtliche Rundfunk, hat die Herkunft der Täter verschwiegen. Die Bild-Zeitung hat es im Nachgang berichtigt. Es war kein Syrer mehr, es war da nur noch ein Mann. Liebe Freunde, das sind Zustände in unserem Land, die können wir nicht akzeptieren. Wir wollen Wahrheit, wir wollen keine Lügen, wir wollen aufrechte Politik für unser Land und wir wollen vor allem zwei Dinge, wir wollen Freiheit und wir wollen sicherheitliche Freunde. Jeden Tag drei Messerattacken, jeden Tag zwei Gruppenvergewaltigungen. Und dann soll sich jeder einfach fragen, als er jung war, ob zu DDR-Zeiten oder nach der Wende, ob diese Situation genauso schlimm war wie heute. Aber sie war es nicht. Und es gibt Menschen, die daran schuld sind. Unter anderem Dr. Dietmar Reutke und seine gesamte Entourage hier im Landtag, die diese Politik mitgetragen haben. Und was für ein Mensch muss man eigentlich sein, um diese Probleme nicht zu sehen? Was für ein Mensch muss man sein, um zu sehen, dass diese Probleme oder nicht zu sehen, dass diese Probleme hausgemacht sind? Und zu akzeptieren, wenn sie von Medien und Politik totgestiegen werden? Meine Damen und Herren, diesen Menschen ist das Leid der Bevölkerung vollkommen egal. Aber nicht der AfD. Wir sind dafür da, diesen Menschen wieder Wohlstand, Freiheit und Sicherheit zu geben. Und das haben wir in den letzten fünf Jahren im Landtag gewiesen. Und das werden wir in den nächsten fünf Jahren in den Ministerien ebenfalls. Und ich sage auch ganz klar, in die Richtung der SPD, die solche Vorfälle ja immer wieder gern vergessen möchte. Wir vergessen nicht, liebe Freunde. Wir vergessen nicht, welche Partei die Grenzen geöffnet hat. Wir vergessen nicht, wer den Frieden in unserem Land und unserem Kontinent aufs Spiel setzt. Und wir vergessen schon gar nicht, wer Andersdenkende über zwei Jahre ausgegrenzt, stigmatisiert und als Corona-Leugner defamiert hat, liebe Freunde. Das tun wir nicht. Wir stehen an der Seite dieser Menschen. Diese Parteien und dieser Rümpfung, die das Tag für Tag tun, haben keine Überzeugungen. Davon bin ich überzeugt. Sie betreiben Machterhalt und sie nutzen dabei jedes Mittel, das ihnen in die Hände kommt. Sie nutzen den Inlandsgeheimdienst, um ihn auf unschuldige Bürger loszuschicken. Sie nutzen die Macht über ihren Einfluss im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um Andersdenkende zu stigmatisieren. Und meine Damen und Herren, Sie haben aus unserer Demokratie einen Parteienstaat gemacht. Und diesen Parteienstaat lehne ich grundsätzlich ab. Man versuchte uns in den letzten fünf Jahren immer wieder auszugrenzen und zu bekämpfen, aber wir haben Stand gehalten. Wir sind die rote Linie, stand auf einem Spruchband in Cottbus, als sie an einem Demo-Zug teilgenommen haben. Wir begegnen diesen Angriffen mit dem Mut zur Wahrheit, mit Einigkeit und vor allem mit klaren Lösungen für unser Land. Und das unterscheidet uns von den anderen Parteien. Während die SPD dabei ist, unser Land zu zerstören. Währenddessen sie die Lausitz entkernt, schweht der Kriegstreiberei zum Opferfeld und unsere Kinder nach über 30 Jahren SPD-Bildungspolitik nicht mehr lesen, rechnen oder schreiben können, liebe Freunde. Das ist kein Zustand. Diesen Zustand müssen wir abschaffen. Wir müssen diesen Parteienstaatlich abschaffen und es schaffen, dieses Land wieder nach vorne zu kriegen. Und wir haben das getan mit vielen Problemlösungen. Wir haben zwei Untersuchungsausschüsse zur Aufarbeitung der Corona-Diktatur. Wir haben einen Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung des RBB-Skandals reingerichtet. Und wir haben als erste Fraktion bundesweit einen eigenen Staatsvertrag für eine Rundfunkanstalt vorgelegt. Das war ein Haufen Arbeit, aber wir haben es getan. Wir haben es geschafft. Mit uns gibt es keinen zwangsfinanzierten Rundfunk der Zukunft, meine Damen und Herren. Mit uns gibt es in Zukunft nur noch einen Rundfunk, der nicht durch Zwangsbeiträge finanziert ist und der vor allem der Wahrheit verpflichtet ist. Vielen Dank.